Keine Ahnung, wo die rum sind. Ich glaube, Anna ist im Urlaub, ne? Anna ist im Urlaub, ne? Ich glaube, bis zum 11. oder 15. Mai oder so. Ist auch geil. Oh, ich möchte auch Urlaub haben. Ja, ich möchte auch Urlaub haben. Die macht eine Deutschlandreise. Natürlich. Warum eine Deutschlandreise? Macht man nicht nur eine Reise im Ausland normalerweise? Ja. Deutschland ist auch schön. Batschland. Österreich auch? Berlin, drum und dran, Österreich. Österreich? Die hessische Bergstraße. Meine Heimat. Alles schön, dass du sowas sagst. Ja, und die hessische Bergstraße ist groß, wow. Ja, ich schwör's dir, bald hast du nur noch Stalker vor deiner Tür. Ja, genau. Groupies, die alle sagen, ich will ein King von Philipp. Ich glaube, ich hör was. Ja, ich hab auch schon gedacht, das ist so. Aber da unten ist auch wieder so ein Hasel. Das ist der Wind oder so. Ja, Safi wird dann in seinen Lederstrapsen morgen vor meiner Haustür stehen, ne? Oh, geil. Oh, ne. Hast du mit Safi geredet, ne? Ja, Safi. Okay. Oh, die Waffe wird ausgeraucht. Oh, ne. Das ist jetzt doch. Mann, das scheiß für uns. Einfach abhauen? Nein, wir warten halt mal. Boah, jetzt haben... Okay, dann können aber nicht so viele kommen. Alter. Kacke. Ich glaub, die Geiselnahme wird trotzdem stattfinden. Ja. Ja, aber es werden sicher nicht so viele Cops kommen. Ja. Vielleicht kommt jetzt nur Safi. Der unterlegt uns alle. Und da tötet uns dann alle so viral. Aber dann... Ich glaub, wenn das jetzt trotzdem noch durchgezogen wird, ähm... Kriegen wir die SOS-Visiere ganz sicher. Ja. Sag... Ja. Weil die werden jetzt zur Bank fahren. Das ist, glaub ich, sogar ein Vorteil für uns. Da müssen wir auch... Da müssen wir jetzt bestimmt ein bisschen mehr Polizei vorbei. Sag einfach, wenn sie irgendwas versuchen... Ja. Sag einfach, wir haben einen Schläfer mit einem Bombengürtel in Kavala. Sobald irgendwelche Missbrauen werden viele unschuldige Menschen sterben müssen. KIP verkauft schon wieder irgendwas. Ja. Ja, auch Waffen und Munition, ey. Komische Waffen, ey. Ich glaub, da werde ich auch mal eine Lebensversicherung abschließen. Ja, dann bitte mal... Was machen die denn überhaupt? Ich frag mal kurz. Ob die mal hierher kommen würden. Liefern sie auch Night Stalker. Ja, fragen wir, ob es Night Stalker gibt. Mann, dann kidnappen wir ihn, rufen aber nicht die Polizei, sondern seine Kollegen. Das wär ne geile Idee. Und dann verlangen wir einfach Night Stalker. Alter. Aber ich will doch noch ne Lebensversicherung abschließen. Eine Tüte Night Stalker, bitte. Könnte gleich nützlich werden. Frisch importiert. Könnte gleich nützlich werden. Oh, ey, Leute. Jetzt beginnt die Spannung. Was hier eh nicht, Alter. Ja, wir stehen hier... Wiegen jetzt drei Stunden. Nö, ich merk irgendwie noch gar nichts. Weil ich hör auch nichts. Ich hör nur den Wind hier. Das Grisat hört überhaupt noch da. Oh man, ey. Hoffentlich dauert das jetzt nicht mehr zu lange, sonst wird das hier wieder langweilig. Ja. Der soll sich hier Felix beeilen. Schreib noch mal. Soll ich mal Gas geben? Ja. Die Geisel. Geh mir noch fünf Minuten. Ja, ich schreibe ihm jetzt. Der Elektroschocker liegt schon in der Hand. Was ist der Elektroschocker? So. Und die arme Geisel. Der arme Reksel. Die Elektrosen sind schon an den Nippeln angebracht. Genau. Ah. Ah, Philipp. Ah, wenn er schon anfängt mit SSM-Gedöns hier, dann... Das Tuch ist schon in Benzin getauft. Dann... Dann nüsse. Okay, cool. Kennst du das nicht aus GTA 5? Ich hoffe, es ist okay, wenn wir die Situation oft nach dem Banküberfall verschieben. Oh. Nee. Nee, ist es nicht. Dann legen wir die Geisel um. Wir legen die Geisel um. Dann wird die Geisel sterben. Schreib ihm das. Ja. Okay, dann hauen wir den um. Ganz einfache Geschichte. Wir können bestimmt einen Polizisten entbehren, der uns das bringen kann. Und so dran. Wir erwarten echt nicht mehr, wie der größte Vollidiot darf kommen. Bitte. Schick den Praktikanten. Ist uns egal. Den Lieferdienst können die auch schicken. Ja, die liefern dann die Geisel. Geisellieferern, wer braucht einen Geisel? Ich hab grad hier Nachricht bekommen von... Also je nach was Police, unsere Top-Risiko-Lebensversicherung für 100.000 Dollar wirft ganze 30% Rendite ab, wenn sie den Versicherungszeitraum überleben. Boah. Krass. Krass. 100.000. Ja, Herr Rexon. Ja, du warst glaub ich grad im falschen Cent. Kann ich mir schon ein komplettes Equipso kaufen, Herr von 100.000. Jetzt kommt gleich die Polizei. Dann werden sie sehen, was mit ihnen geschieht. Ich hab gesagt, die Fresse halten sollten sie. Sonst komm ich da rein und verprügel sie. Der Tani hockt jetzt auch mittlerweile wieder in der Mitte. Ja, ich wollte mal ein bisschen da Druck machen. Okay, hat sich erledigt. Wir kommen. Was heißt da wir? Oh oh, ich hör'n Heli, Heli. Ich hör'n noch nichts. Ist Spannung. Ich hör'n jetzt auch keinen mehr. Aber eben war da ein Heli. Okay. Ich hab' nicht gegeben. Sie oder der unbezahlte Praktikant. Und sie hinkommt. Ich hab' nicht gegeben. Der unbezahlte Praktikant. Der, der, der Schüler-Praktikant. Der, der Schüler-Praktikant. Der, der Schüler-Praktikant, der Geisel-Name schicken soll. Oh, Alter. Der wird zwar Hardcore-Failen, ey. Oh. Kommt da jetzt jemand? Ja. Der kommt? Der Pizza-Bose. Ja, man, man, man muss immer Druck machen. Wer kommt? Praktikant. Äh, Sophie. Oh, oh, oh. Wir kriegen hier Rang. Sophie persönlich. Wollen wir den als Geisel nehmen? Nee, das, das wär' jetzt Assi. Vor allen Dingen, wenn wir einen Überfall und so. Ja. Wir sind doch generell Assi. Äh, was? Sollst du's nicht immer auf den Punkt bringen? Oh, K-L-U-L-K. 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 Oh, nee. Mein Englisch ist nicht aus dem Eck. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssten mal hier so englische Terroristen spielen oder so. Und dann kommen wir da so hin und dann so volles behinderte Englisch ablassen. Hi, mein Name ist Chris, und ich will dich töten. Guten Morgen. Wir sind scheiße Jungs. Hallo. Wie bist du heute? Ich würd's irgendwie feiern, wenn ich gleich erschossen würde. Einfach mal wieder. Dann verteidigen wir unseren Ruf. Dann wird die Geisel auch sterben. Wenn du jetzt einfach so weggeschossen wirst, wird die Geisel auch getötet. Wie geil wär das, wenn einer einfach sterben würde, weil er irgendwo runterfällt. Aber verhungert, verdurstelt. Er beachtet alle schön drauf, ne? Wie süß. Aber mal einer verhungert hier. Und ich hab rote Kämpfer. Klingt ja lustig. Ja, ich auch. Ich auch. Failed. Oh, gut. Oh, das war gar nicht SKK anscheinend. Äh, SKK ist auch RTT. Hey, waren das... SKK. War ein Timo. War ein Timo schon wieder. Timo, Timo ist gegessen. Hey, haben da jetzt ernsthaft Zivilisten das Ding da überfallen? Die wollten doch gar nicht. Die wollten doch gar nicht. Oh, hier ist die Bank. Die dürfen aber keine Waffen tragen und so. Ja, keine Ahnung. Die denken sich so, oh, hier ist die Bank, ich will Geld abheben. Hä, Cracksafe? Ach, egal. Wird schon stöhnt. Geht auch. Wie mit Salz. Oh Gott. Ist das überhaupt noch so? Keine Ahnung. Wenn wir da Salzfarben gucken. Nein, das ist richtig. Doch, ne, ne, ich hab immer noch eine Salzverarbeitung. Oh, TTT, Dallocard wurde von Currywurst getötet. Ui. Ah, da geht immer noch die Action. Wo bleibt der denn jetzt? Wo ist er eigentlich? Wo ist er eigentlich? Schreibe ich noch drei Minuten. Ja. Okay. Weil sonst wird's hier echt zu lang. Wir haben, glaub ich, schon zwei Folgen oder so hier. 40 Minuten haben wir jetzt. Oh, ja, zwei Folgen. Drei. Ja, stimmt, zwei. Ja, stimmt, 20 Minuten. Ja, passt schon. Mein Mathe ist noch die Englisch vom Säge. Was? Zatani, Zatani, mein Lieblings-Youtuber, ne? Ja. Haha, also jetzt keinen Namen nennen, ja? Hat in einem Video gesagt. Falt dich fest. Ähm, also da hieß jemand... Du guckst den? Was? Weil das Thema hat mich wirklich interessiert. Er hat sehr viele Dislays drauf bekommen, weil er hat einfach einen sehr unintelligenten Namen gewählt. Auf jeden Fall war da ein Spieler mit dem Namen bla 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 und auf jeden Fall war da drinnen auch noch 05. Also bla 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 05. Irgendeine Zahl 05. Ähm, dann hat er gesagt, ja. Entweder hat er im fünften Monat Geburtstag oder Herr 2005 Geburtstag. Aber hoffentlich nicht 2005. Dann wär er erst voll jung. Obwohl, mittlerweile wär er auch schon 11. Ja. Ich glaub, ich weiß gar um wen's geht. Es geht um Outsider oder dein Lieblings-Youtuber? Ne, das war Ironie. Das war Ironie. Das war Ironie. Ironie des Großes. Nächstes ca. 10 Minuten sind wir da. 10 Minuten? Wookie, du hattest ja letztens das Video da gemacht, ich bin scheiße, ne? Mhm. Und da hattet er doch auch drunter kommentiert, oder? Also ich bin scheiße. Ne, 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 das war eine andere Person. Ah, okay. Da wird auch... Da wird auch... Noch eine Anlage. Gibt es auch mitgekriegt da mit den geklauten Skins oder so? Okay. Mit den was? Ach, sag ich nicht. Mit den geklauten Skins von den Polizisten da? Um das geht's? Keine Ahnung, was da war. Voll behindern. Ja, da hat... Hier... Ähm... Wer war das denn noch? Der... Ja, muss halt nicht den Namen sagen. Ja, stimmt. Ist ja jetzt auch eigentlich egal. Wir könnten, ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist, äh, eine wütende Geiseln in einem Äh, Krisator. Ne, Krisator. Nein, der heißt Rexon. Achso, okay. Rexon, Krisator ist der Polizist. Ne, der hat was im Haus. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grau. Äh, die Kuppe? Nein. Draße. Ja. Alter, kann hier mal einer kommen, ey. Ja. Okay, okay, okay. Okay, warte, Mann, aber mich... Die Sonne geht gleich schon unter hier. Bei mir hat mich die Sonne im Extrem blendet. Ich hab was, ich hab was. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist braun-grün. Also, es ist so ein verwaschenes Grün. Der Boden. Das sind die Stangen von diesem... Gebäude. Naja, nicht das ganze Gebäude, aber egal. Rexon fragt mich, ob überhaupt ein Bulle kommt. Nö, du bist scheißegal, schreibt das. Nö, du bist denen scheißegal. Okay, Philipp, du bist dran, du bist dran. Ich sehe was, was du nicht siehst und sein Kopf ist direkt in meinem Faden gereizt. Das bin ich. Ne, das bin ich. Ja. Ja. Okay, dann bin ich wieder drin. Ähm. Scheiße. Mehr Farben sehe ich nicht als das Grün hier. Das ist richtig scheiße. Wieso? Ja, weil die Sonne blendet mich komplett. Ja, ist da komplett der andere Richtung. Aber zum Glück ist da diese Kuppel davor, ey. Mich blendet sie überhaupt nicht. Okay, ich sehe was du nicht... Ja, das ist schweres. Wir sind hier zu blöd dafür. Und das ist... Das ist sandig. Sandig der Boden. Ne. Äh, diese... Kannst du da nochmal ne Mail raushauen? Ja, was soll ich schreiben? Ja, die sollen sich mal beeilen. Ansonsten, äh, wird's hier eng für den... ...kleinen... ...Rexon. So, wir haben jetzt ewig gecampt, damit wir die umbringen oder was? Ja. Klar. Nein, ich will jetzt die Blut durch. Das Visier haben. Wenn die nicht kommen... Äh, ich sehe was, was du nicht siehst und das sieht, äh, das ist hellgrün. Und das ist verschwitzt. Ah, Mama, weg da! Was? So ein Turm oder was? Hast du ein Facecam an? Ich ne, ne. Ein altes Ne, dafür hab ich keinen Lust. Nur in Minecraft hat er Facecam, ja. Ey, warte. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rostig rot. Rostig rot. Da muss ich Reime nehmen. Der Stacheldraht. Rostig rot. Rostig rot. Rostig rot. Rostig rot. Guck. Das war voll der Reim auch, ne? Rostig rot. Ja, darum ging's doch. Rostig. Rostig. Realität. Rostig rot. Was ein Ioni. Nivea? Nivea. Was? Kommt überhaupt ein Kopf? Oh nein. Wieso lach ich denn da drüber? Das kann doch nur sein. Rostig rot. Darf ich ein Typ? Das war langweilig. Was sind die denn ey? Ja, dann legen wir die einfach um. Oder wir spielen jetzt in diesem Bereich, äh, hier Deathmatch einfach. Wer als letzte von uns steht. Als letzte von uns steht. Lass me in standing. Ja. Wir legen was einfach im Gegensatz, jung. Gehst du einfach wieder nachmittags farmen, Junge. 2 Millionen. Ja, ich hab 1,9 Millionen noch auf der Rand. Also ich hab auch 2,5 Millionen. Läuft. 2,4. Ja. Ey, ich zeig die Safi noch mal an und frag ihn, kommt da noch was oder können wir die Geisel jetzt umlegen? Richtig. Ja. Bisschen Druck machen hier. Wenn sie, wenn sie sagen hier, ja hier Banküberfall und so drum und dran. Ja, was soll man denn sonst machen? Fühlt sich die Pflücken. Warte mal, da hinten hab ich grad was gesehen. Ich hab jetzt geschrieben, kommt da was. Ich hör was, ich hör was. Wow. Wow, jetzt geht's los. Ich hör nichts. Wenn wir so'n Kampfjet einfach 10 Meter weiter abstürzen, mehr aber auch nicht.